So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu meinem 500er Abonnenten-Special. Ihr habt euch ein Draw My Life gewünscht und jetzt habe ich es auch endlich mal fertiggestellt. Kurze Anmerkung, ich kann nicht sonderlich gut malen, deswegen ist es auch dementsprechend simpel gehalten, das Ganze. Und falls ihr euch über die Kameraführung beschweren wollt, äh, ja, meine Mutter hat die Kamera geführt. Deswegen, ich bin entschuldig. Dennoch wünsche ich euch viel Spaß beim Ansehen des Draw My Life. Angefangen hat meine ganze Geschichte damit, dass mein Vater und meine Mutter sich getroffen haben. Und irgendwie haben die sich dann natürlich auch ineinander verliebt. Und ja, weiter ging es dann damit, dass irgendwann so ein Mensch aus meiner Mutter herauskam, das war dann ich, ja. So, ich bin dann, als ich ein bisschen größer war, im Kindergarten gewesen. Und, ja, leider waren die Erzieher da im Kindergarten nicht sonderlich nett. Das waren ziemlich, äh, alte Schrullen, die halt, ja, die wirklich ein ziemlich schlechtes, ein ziemlich schlechtes Atmosphäre geschafft haben, in der ich einfach nicht sonderlich glücklich war. Aber, ja, ein paar Jahre später bin ich dann aufgrund dessen in einen anderen Kindergarten gekommen, auf dem, in dem auf einmal ganz, ganz viele tolle, nette Menschen waren. Durch die mein Leben dann auch irgendwie doppelt so, bis dreimal so schön war. Ja, doch, war gleich deutlich besser. So. Irgendwann kam man natürlich dann auch in die Schule. Juhu, wie jedes Schulkind freut man sich natürlich unglaublich darauf. Und ich glaube, ich war in der, ähm, 1A war ich, glaube ich, ja. Ja, ich war schon immer so ein Mensch, der war eigentlich, äh, recht ruhig, recht zurückhaltend, ein bisschen für sich halt. Und deswegen hatte ich dementsprechend im Vergleich zu anderen Menschen, anderen Kindern, anderen Mitschülern immer deutlich weniger Freunde. Ich war also, also mit zwei Freunden, wenn die eine schon gefühlt 50 hatten. Ja, irgendwann, ne, war man dann in der vierten Klasse. Und die vierte Klasse war vorbei. Und, ja, dann sind wir da alle raus und haben uns natürlich gefreut. Juhu, jetzt geht's endlich auf die weiterführende Schule. Jetzt ist hier endlich mal auf Sommerferien, ne. Ja, dann hatte ich erstmal dick ne Hauptschulempfehlung. Und das wirklich nur aus dem Grund, dass ich ne Scheiß, dass ich nicht irgendwann ne Scheißnote in Mathe hatte. Das war wirklich der einzige Grund, warum ich ne Hauptschulempfehlung hatte. Naja, dann bin ich eben auf der Hauptschule, die eigentlich direkt neben der Grundschule war. Hat alles so zusammengehört. Und, ja, dann hatte ich aber in der, äh, Hauptschule eigentlich ziemlich gute Noten. Das war nie schlechter als an zwei. Und meine Mutter hat sich dann ne Möglichkeit rausgesucht, an der Realschule sich dann mit dem Schulleiter zu unterhalten. Die ganze Sache so ein bisschen erklärt. Die kannte den Schulleiter auch so ein bisschen, äh, der hat sich das dann erklären lassen. Hat persönlich mit mir noch geredet. Und dann, ja, hat er gesagt, ja, du darfst auf die Realschule, wann möchtest du denn kommen? Und da ist übrigens der Schulberater, der war cool, der hat ja coole Schokobananen. Und dann bin ich ne Woche später, äh, ja, auf die Schule gegangen. Und, ja, dann war das natürlich, das war dann so ein Halbjahr. Und dann erst mal die anderen Leute immer, ey, wo bist denn du eigentlich, wo kommst denn du eigentlich her, was machst denn du hier? Na, dann war die neue Klasse halt gemacht. So, ich hatte damals immer noch so eine coole, äh, so eine Tasche mit Rollen unten dran, die man so hinter sich herziehen konnte. Und manchmal haben sich meine Klassenkameraden immer einen Spaß draus gemacht, mir diese blöde Schultasche zu klauen. Gut, das war teils witzig und teils extra nur nervtötend. Gut, aber, naja, irgendwann hat mich die Klasse dann auch vollkommen akzeptiert. Das war dann so, am wohlsten habe ich mich so in der 8.9. dann gefühlt, das war dann wirklich, da hatte man auch keine, also meine Klasse war eigentlich generell ein Haufen Blödmänner. Aber wir waren alle ein bisschen bekloppt, muss man so sagen. Klappe da drüben, das war eigentlich, was der Lehrer ständig sagen konnte, weil wir immer am Schwätzen waren. Furchtbare Klasse, wenn man es so sieht. Ja, Ende von Klasse 10 sind wir dann hier alle mit unserem, äh, Zylinder. Warum auch immer ich einen Zylinder gemalt habe. Sind dann aus der Schule raus. Ja, endlich fertig, ne, endlich weg mit der Kacke. Ich war so froh, endlich diese blöde Schulzeit hinter mir zu haben. Ich fand die so ätzend. Und ja, ne, dann haben wir in irgendeiner Halle nebenan dann noch Dickparty gemacht. Hier haben wir in unserer 10. Klasse noch so Abschiedsfeier hier mit allen möglichen Eltern. Party, Partyhüten, irgendwie ein Programm. Mit Eltern und Schülern. Hurray, hurray. Okay, und dann habe ich mich, äh, kurze Zeit später für ein FSJ beworben. Habe ich mir einen Kindergarten ausgesucht, weil ich dachte, weißt du, kannst die mal ausprobieren. Ist so die beste Möglichkeit für mich. Das ist das, was mir am meisten zugesagt hat. Die Stelle habe ich dann auch direkt bekommen. Naja, und das, was man am FSJ am meisten gemacht hat, war so, ne, am Regal rumzuklettern, wenn irgendeiner an der Tür stand und gesagt hat, räume das doch mal wieder ins Regal. Ja, das ist, das passt ganz gut. Und wenn man das mal gerade mal keiner gesagt hat, dann hieß es so viel wie, mach doch mal die Spülmaschine. Ja, das ist FSJ, also das ist ein freiwilliges soziales Jahr in der Nutshell. Zum Glück hatte ich immer einen, äh, netten Kollegen dabei, den ich bis heute, mit dem ich bis heute Kontakt habe. Das war echt cool. Echt cooler Kumpane, Bruder Bro. Und ja, das Jahr ging dann auch so zackig schnell rum. Man hat dann natürlich noch zwischendurch mit Kindern gespielt. Also hier mit, mal leicht verdeutlicht, so ein bisschen mit Bauklotzen. Man hat mit den Uno gespielt und so weiter. Und ja, ein Jahr später war das, war die ganze Sache dann vorbei. Dann sind wir abgerauscht. War dann eigentlich echt schon traurig, weil, ja, man hatte schon so ne, man hatte echt ein schönes Verhältnis zu den Leuten. Das war eigentlich schon traurig. Und da habe ich mich dann auch entschieden, ja, ich werde was mit Kindern machen. Ich werde Erzieher. Dann, ja, Ausbildungsstelle geholt und dann ab auf die Berufsschule. Ja, da hat man dann auch wieder ganz viele neue Leute kennengelernt. Die sind eigentlich alle jünger als ich mit meinen 18 Jahren, ne? Ich kann mir so steinalt vor. Und ja, im Rahmen dessen, dass man, dass das eben im sozialpädagogischen Bereich ist, macht man viel Gruppenarbeit. Das war einfach so viel besser. Ich konnte so viel besser lernen. Ich kann generell so viel besser lernen, einfach so in diesem selbstorganisierten Gruppengedönse, als wenn man so einen blöden Frontunterricht hat. So, dazu, der Ausbildung hat dann auch noch gehört, dass man natürlich einmal in der Woche in einem Kindergarten eben Praktikum macht. Und da war ich dann in der coolen Gruppe in dem Kindergarten. Da war zwei Gruppig und mit, glaube ich, 20 Kindern pro Gruppe. Und, ja, das war auch sehr, sehr schön. Also, man hat die Kinder dann kennengelernt. Man hat sich dann angefangen, mit denen zu beschäftigen. Natürlich dann in dem Fall eher in pädagogischem Maße als so einem FSJler. Und dann gab es dann von der Schule aus natürlich immer noch Praxisbesuche. Yay, Praxisbesuche. Da kam dann immer ein Lehrer vorbei von der Schule. Und dann hieß das so, ja, jetzt mach mal mit den Kindern hier und dann beobachten wir dich und dann gibt das Noten. Ich muss gestehen, ich hab sogar mal recht gut abgeschnitten. Ja, das Jahr ging dann auch so zackig vorbei. Also, es ging wie im Flug und das war ein... Es war sehr traurig. Also, das fand ich wirklich, weil man hatte einfach so ein gutes Verhältnis einfach zu den Leuten, zu den Kindern. Das hat einen... Es war ein sehr schmerzhafter Abschied. Und dann, ja, dann hab ich Sommerferien gehabt, beziehungsweise habe Sommerferien. Und kam dann auf die Idee, warum machst du nicht einfach mal ein Draw My Life? Ja, meine Mutter hält die Kamera. Und ich kritzel da gerade. Komische Kameraperspektive. Und das... Ja, das war jetzt mein Leben im Schnelldurchlauf, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich bin doch schon einfach ein Zeichenkünstler. Absolut künstlerisch hoch.